Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenobl Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenobl Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir den Anneli Lator vernichtet und heute kämpfen wir uns weiter durch das Schloss. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich habe jetzt gerade erstmal ein bisschen rausgezoomt. Okay, wir schleichen uns durch den Luftschacht. Nett, dass die Frauen das machen müssen. Ja, jump in this channel and we'll pop out in the lake outside. Ich denke mal, sie sind recht schnell hier durch. Ich kriege auf jeden Fall gerade Materialien geschenkt. Oh oh. Great. Wir können nicht weitergehen mit diesem Ding in der Weg. Vielleicht ist dieser Channel nicht verbunden mit Outside Castle? Weird. Das war nicht auf der Kiste. Also, woher sind wir jetzt? Somewhere hier in der Mitte. Ich gehe einfach mal auf den Luft, bevor ich mich wieder ins Bild packe. Ich glaube, erst hole ich mir den Container da. Let's just sneak a peek. Geht weit hoch. Geht weit hoch. Okay, hier ist auch immer meine Endstation. Oh, Reisepunkt. Ich könnte gucken, ob ich was verbessern kann. Also, was Materialien angeht, kann ich nur das hier verbessern. Ist bereit. Ich bin sicher, dass wir auf der Weg sind. Das fühlt sich nicht so gut. Wir folgten die richtige Richtung. According zu den Daten von Boliaris, wir sollten... Alles hier sieht so sumptuous und lavish! Warte. Es ist die richtige Weg. Aber wir sollten nicht hier sein. Was bedeutet das? Warum sollten wir nicht? Ich sollte es wissen! Dieser Ort... Ich habe ein Bild von ihm im Training gesehen. Oh... Oh... Shit! Wir müssen gehen! Noah... Ist das woher ich denke? Ja... Es ist eine Runde. Das ist nicht nur ein Ort. Das ist das Schmerzeste Ort. Das Herz der Angelegenheit. Das ist das Schmerzeste Ort. Wir haben noch nicht gesehen. Wir sind weg. Jetzt. Das ist eine gute Idee. Was machst du? Wir müssen gehen! Noah! Was machst du? Komm schon! Was? Es ist das? Ja, ich weiß das nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es schnell. Aber ja. Das ist das. Ich bin es nicht vergessen. Es ist das. Das ist das Ort, wo wir waren. Spock! Das ist verrückt! War wir... immer so? Meine Haut ist schrecklich! Bitte, können wir weg? All diese Leute... Denkst du sie schlafen? Oder vielleicht sie... Wait, ist das... Es ist sie! Was? Ethel! Huh? Das ist verrückt! Wie kann es Ethel sein? Na klar, sieht es wie sie... Aber das ist definitiv ein erstes Termin! Nein! Es ist wirklich Ethel! Als wir sie erst kennenzulernen? Ja... Nein! Was bedeutet das, wenn du erst kennst? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was sie uns taught haben? Was ist das? Dass unsere Leben sind von der Queen? Du bist auch? Huh? Das ist das für dich? Wir Soldaten sind von der Queen. Wir kämpfen... Und dann... 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 Eine Konsul? Und dann! Auch Rappel! Sie sind schrecklich, Sie sind... Sie sind in der Presse der König. Sie sind... Melia Antiquia! Sie sind... Sie sind... Mia, be careful. Mia! Sorry. What's wrong? Nothing. Don't worry. I'm okay. I know him. But from where? What is this sensation? I have endeavoured for countless years to protect and shelter Kevis under my aegis. And now you seek to bring ruin to this world. This grieves me. Come off it. How are we bringing ruin to anything? You seek to deny it. Think. Upon your actions. Have you, or have you not, destroyed Colony Flame Clots? We didn't have any choice. No choice. Indeed. I assume then, you had no choice but to collude with our sworn enemy. That's why you've been trying to wipe us out. Both us. And Ethel's Colony 4. Verily it is said. Uroboros abhor this world. You must be erased. Lest this world be destroyed. We don't abhor anything. Do you realize how many battles we've fought and won for Kevis? We've served you our whole lives. And now this bollocks. Your majesty, please. You say you fight for Kevis. That you've served us. Are you certain? Rather, it seems, you have been fighting for yourselves and none other. You cling to life in your desperation. That is why you have fought. Unchecked. Uroboros will lead this world to ruin. Now, by my authority, you shall perish. So, that's it. That's your verdict, then. It is not her majesty's verdict. It is the will of the world. It's what? Okay, they fight against the knights. Ich suche den hier. Geh mal mit Noah. Umwerfen geht schwer, ne? Nimm. Die Königin... Die kann auf jeden Fall was. Die weiß, wie man kämpft. Nimm. Hat ja gut funktioniert. Ja, sie schwankt. Wurde umgewirrten. Die verprügeln, die Königin. Warte mal. Angers, keine. Zeit für ein Uroboros-Kommando. Das sage ich euch auch mal komplett. So, erstmal schwanken, bitte. Ich hatte nur gesehen, dass einer von uns Synchro Stufe 3 hat und habe dann Instinct gewechselt. Die können auch ein Uroboros-Kommando. Nein. Ich hab ein Uroboros-Kommando. Alles klar. Ich komm direkt hin! Ich bin leer. ach uro boros kommando ist immer schön nutzen wir mal die ganzen 0 was feuer die denn da für den laser ab meine techniken versiegelt die dreckige einfach meine techniken zu versiegeln wie dreckig sie ist gleich k.o. ich hätte gleich noch eine angriffskette ready ist denn da brauchst du auch nie weglaufen evas tot eine schöne explosion diese angriff ist ekelhaft ich packe mich schon mal aus dem bild weil sie jetzt umfällt ja Ah! 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 What the snap is that? Stupid wall of light thing! It's stopping our attacks in their tracks! Ah! 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 Stenna! Ah! Ah! Hm. Ah! 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 Mio! Sorry. Lost my focus. How's Sanna? Ah! 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 No. Fenora! Ah. Ah. Ah! Ah! All right, then. Noah, du bist verrückt! Das ist die König! Ich weiß. Aber wir müssen. Auch so! Noah! Her? Was? Was ist sie? Her Majesty ist eine... ...Machin! Sparkoff! Sie sind wirklich? Was that your doing, Queen? You haven't given up your false hope. Very well. By all means, look on. Witness how hollow your hope rings, as I slice it all to ribbons. What? Again? Blast it! Why does he make my head hurt? Noah! What's wrong? We're not done yet! Take up your blade! What's going on? Are you okay? It is fate. Oh. Fate? Many have tried. But none have ever managed to escape its flow. Wait, that sword. How does he... What now? What now? Noatai consul! The... The lost numbers are attacking! The lost numbers? Well done! Noatai! But none of them is total machin! Noatai consulton! Maybe you didn't have a team to escape. Noatai consulton! I don't have a team- I don't have to know.. Yolta just Alright, Oatin captives! Yeah, Ja, wir haben ihn schon gesehen. Ja, wir haben ihn schon gesehen. Ja, sie werden jetzt nicht attacken die Kolonie. Kein Problem in uns hier noch mehr zu sein. Du bist richtig. Aber noch nicht. Noah! Alles klar! Das Geheimnis. Das Geheimnis. Es wird schnell aus meinem Gehirn geblieben. Und vielleicht wird es wieder in der Lage kommen. Und wenn es so ist, was dann machen Sie dann? Ich muss mich fragen. Ich werde uns Equilibrium geben. Ein Zeitpunkt nicht veränderter. Unsere Eternation. Ein Zeitpunkt nicht veränderter. Wie sollen wir die Tage, die wir haben? Was sollen wir auf? Wir haben eine mögliche Antwort auf diese Fragen. Aber wir können es nicht akzeptieren. Nicht nur als letztes Resort. Nachher, es war der einzige Weg, die die beiden gegeben haben. Wir sollten alle frei sein, um unsere eigene Weg zu wählen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist warum wir kämpfen. Was soll ich etwas schreien? Huh? Was ist das Schraub, wenn du es nicht schreien? Aber ich bin nur... praktisch. Sag, warum ein Hammer? Das sieht eher deinem Style. Huh. Totally. Right? Hahaha. Hahaha. Wow. Wow. Spark me silly. She beat five eight Termers in a row. Mio, eh? She that offseer? Yeah. She should be the one heading to the front lines, not us. Nice one, Mimi! That was awesome! Poor Eighth Termers. You mopped the floor with them. Thank you, Senna. Haha. Haha. Hang on. Where's Miyabi? Oh, Miyabi? The commander in consul wanted to see her in command. Oh. Okay. Hey. Franciabite? Hmm. Hmm. Sure. I'm a bit peckish. It's a bit early, I suppose. No. I'm ready if you are. Huh? I was under the impression that you didn't like fish. Huh? Ah. That is true. But, can't be too picky. My muscles need protein, you know? Haha. Haha. Hey, Senna. There's no need for this. Huh? Just be yourself. You know you don't have to do what I do, right? N-No. That's not- Uh. Sorry. Come on. You say that too often. You've nothing to apologize for, Senna. Uh. Okay. Eat what you enjoy. Never stop being you. Okay? Uh. Yeah. pud Nadine. Okay. Little girl. I will go find it at me. Without a, gosh. Well it won't happen. Not that night. If you're in a Vera, could you see Roper? Ooh. He will follow her. Okay. Ich glaube, das sollte weit genug sein sein. Ich habe es gut gemacht da? Hm? Was war das? Was war das? Ich habe etwas gesagt? Ich meine, du hast etwas gesagt, um zu tun, oder was? Das ist lustig. Ich muss einfach aussehen. Du siehst so... lonely. Huh? Das Training? In camp? At night? Sie hat immer Freunde neben ihr. Aber warum ist es so, dass sie allein ist? Wie ist es so, wie Sie mich sehen? Ein Loner? Senna. Ich habe mir gedacht, mehr... Plucky Heroin Girl, oder... One-Track Musclehead. Das ist eher das, was ich für mich schreien. Jetzt schau mal. Oh, nein, du bist nicht. Ich denke, du bist nur nosig. Senna, bitte. Ich bin gut. Wirklich. Okay. Don't worry about me. Amen. Bequenz vorbei und erstmal Nachschubabwurf, einfach direkt neben mir. Bequenz bei einem neuen Kapitel, neben mir ist einfach ein Level 50er. Wo auf der Karte sind wir denn jetzt gerade? Um Gottes Willen sind wir weit weg. Aber hier ist ein Reisepunkt. Von der Schmerzmark sind wir auch nicht mehr weit weg. Um Gottes Willen, jedes Schloss hat einfach seine eigene Karte. Ist ja richtig grausig. Na gut, ne? Part ist jetzt hier an der Stelle ja schon recht lang. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt voll Schluss. Können ja mal gucken, was wir hier beim nächsten Mal hier als nächstes machen. Ob ich mit der Hauptstory direkt weitermache oder vielleicht wieder ein bisschen Nebenstochen jetzt erstmal mache. Aber ich wollte hier eine Nebenquest, die da ganz links auf der Karte ist, auf jeden Fall noch holen. Ich hole auf jeden Fall auch nächstes Mal noch den Nachschubabwurf. Da könnt ihr euch sicher sein. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ne? Den letzten Abo und ein Like da. Der Nachschub ist gerade in die Luft geflogen, wie es scheint. Äh, ja. Abo und ein Like da lassen, Leute. Wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!